Hallihallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele wieder Mech. Warum... achso, da spielt jemand mit keinem Gejammer. Den sehe ich dann die ganze Runde über, weil ich derzeit hier mein Standard-Setup, würde ich fast sagen, habe. Hallo? Uh, da ist der Ghostface. Okay. Mit Einfühlungsvermögen und eiserner Wille, sodass, wenn ich verletzt bin, man mich nicht hört. Geliener Zeit, weil geliene Zeit immer gut ist. Und dann habe ich mal ein Perf, was ich so ein bisschen austausche. Ups. Ich habe ihn eben enttarnt. Das macht es ein bisschen leichter. Ähm... Ja, und das Steinchen, der Pebble von Adam, den wollte ich euch eigentlich bei Adam Francis das nächste Mal zeigen. Ich habe auch eine Daily, die ich die ganze Zeit vor mir herschiebe, weil ich das in Kombination miteinander machen wollte. Ähm... Aber ja, was soll ich sagen? Adam Francis hat Autodidakt erst auf Stufe 1 und somit bringt es leider gar nichts. Und geliehene Zeit bringt gegen den Ghostface leider auch nicht so viel. Weil... Ja... Und ich spiele nicht Sarina, weil... Ich nehme mich mit Sarina leider keine... wegen Lederhaar... Leider keine... Medikits mehr habe. Aber ich das Outfit von der Mac auch ganz nett finde. Und dann können wir das ruhig mal wieder zeigen. Ich gehe mal wieder bei dem geilen Gejammer-Typen mit an, Jen. Echt? Du willst retten gehen? Ich weiß ja nicht. Jupp. Ja, Ghostface zu enttarnen ist eigentlich immer relativ wichtig, weil er dann nicht stalken kann. Und jetzt... Hat er die Person, die gerettet hat, gestalkt währenddessen und... Dann eben... Ja, okay. Okay. Keine Ahnung, was dein Plan war. Ich hätte ihn sehr gerne geheilt. Sind wir hier irgendwo? Ne, ne? Warum bin ich denn jetzt die Obsession? Ah, der hat dieses Perk... Ne, was? Warum bin ich die Obsession? Weiß ich nicht, aber der mit keinem Gejammer wird oben gejagt und der andere ist irgendwie eingesperrt im Keller deswegen. Ganz spannend anzusehen, oder? Ja, im Moment ist das doppelte Blutpunkte-Event. Und... Sie hat einen Schlüssel. Ich versuche krampfhaft zu pippen. Und irgendwie wieder hochzukommen im Rang, aber... Puh, gestern wurde ich super viel getunnelt. Deswegen es auch keine Folge jetzt davon auf dem Kanal geschafft hat. Hm, weil das einfach langweilig ist, ne? Ich hab jetzt eine Person gerettet. Ein bisschen am Dren gearbeitet. Ein bisschen mehr auch wohl schon, ne? Ich hab hier irgendwas gehört. Die Ghostface hört man ja auch immer so ein bisschen. Da hört man dieses Gewandflattern. Beim Dienglied muss man sich immer ein bisschen konzentrieren. Auch auf... Also eben nicht auf den Ton mehr, weil der kommt ja teilweise, je nachdem wie oft gehangen wurde. Genau, gar nicht mehr nämlich. Puh. So, der hat den gerettet, sehr schön. Oh, ja, okay. Er wird jetzt hier rumkommen. Ich hab den Dren zweimal knallen lassen. Aber ich glaube, vielleicht... Hilft Ablenkung dann, ja? Hier drin ist auch einer, der ziemlich weit schon ist. So, wollen wir? Oh, jetzt sind alle hier. Ist nicht gut. Dann geh ich mal wieder da hinten rüber. Und eigentlich müssten wir vielleicht bei Ruin und Wiegenglied... Ah, okay. Warum konnte er denn da jetzt dagegen? Ruin ist doch aktiv. Da kann der doch gar nicht hier irgendwo gegen schlagen, oder? Wird er gejagt? Opa. Wiegenglied ist echt fies auf der Stufe, ne? Gut, aber... Geschafft. Ähm... Okay, dann wissen wir... Er hat irgendeinen Perk... Wer wird da gestalkt? Wurde ich gestalkt? Nein. Der andere wurde gestalkt. Ich hab gerade kurz ne Sekunde überlegt, ob ich... ...dem... kein Gejammert-Typen... ...meinen Sunny-Kasten hinstelle. Oh, der ist platt. Da kommt er. Gut. Da flackert Licht. Eigentlich müsste ich mich mal anbieten. Ich hing noch gar nicht. Jetzt ist auch zu spät, glaube ich. Vier, fünf und andere Richtung. Sehr spannend, sehr spannend. Hätte ich mir mal vorher überlegen müssen. Ich hab dich gehört. Warum kann ich ihn nicht enttarnen? Ist er automatisch enttarnt? Wups. Hm. Hm. Ups. Ja, das war nicht so schlau. Ich wollte eigentlich so ne... ...kleine Drehung machen, aber... ...hab leider nur... ...ne sehr große. Ich weiß gar nicht, wie ich's sag. Das war nicht so gut. Äh, ja, da hat man ganz toll dieses Geflatter gehört. Hat er die Lupe gefunden? Was macht er da? Ja, also Ghostface wird sich dahinter irgendwo verstecken. Und deswegen sollte er auch woanders hingehen. Hm. Das Problem ist, dass der kein Gejammer-Typ... ...der kann eigentlich gar nicht retten. Der ist so laut. Da. Ja, ja, ja. Ach, schade. Man kann ihn auch vom Haken aus enttarnen. Und ich glaube, er wird mich nicht mehr retten kommen. Hast du Bock? Ne, er geht in den Schrank. Hm. Hm. Ja, aber... Ich hab an... ...nem Gen gearbeitet. Ich hab den Killer sogar einmal gestunnt. Das bringt auch schön Punkte. Hab ich ein Totem weggenommen? Ein normales? Ich glaub, ich hab ein normales Totem weggenommen. Es sind auch nochmal 1000 Punkte. Für die Zerstörungskategorie, oder wie auch immer die heißt. Ähm. Ähm. Ja. Also er... Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Also dort im Keller ist die Luca auf gar keinen Fall. Die ist nie im Keller. Mal gucken, ob er noch rauskommt. Ob sich das jetzt gelohnt hat, mich hier so lange hängen zu lassen. Ich find das immer doof, ne? Aber er konnte mich nicht retten. Er konnte nichts anderes machen. Er ist so laut mit seinem Keingejammer. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch den Plan hat, mit den einzigartigen Perks zu spielen. Gucken wir mal, ob wir einen Pip gekriegt haben. Ja. Ganz knapp. Und... Er ist rausgekommen. Da war die Luke doch. Ja. Alles klar. Immer hinten. Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir noch ein bisschen länger gespielt hätten. Dass er einen Schlüssel mit reingenommen hat, hab ich gar nicht mitgekriegt. So, wie hieß jetzt das Perk? Das hier ist das. Heimliche Verfolgungsjagd. Das kenn ich nicht. Von Ghostface. Ah, wenn man das Ziel der Besessenheit abhängt... Hier der Ziel der Besessenheit... Ah, okay. Oh, das ist aber spannend. Ja, Barbecue hat man mitgekriegt. Und die beiden Sachen... Hä, Moment. Warum hab ich denn Ruin angezeigt gekriegt? Deswegen konnte er auch gegen den Generator schlagen. Aber bei mir war ganz eindeutig das Zeichen für Ruin rechts. Oder bedeutet das Zeichen was anderes? Wollt ihr das mal kommentieren, falls ihr das wisst? Ich dachte, das wär immer das Zeichen für Ruin. Naja. Ich hab jetzt genug Luke-Punkte, um meinen Adam noch ein bisschen zu leveln. War eine ganz gute Runde. GG und bis bald. Na, alles gut. Aber ich möchte.